Heißt Mike K. Naja, so ein bisschen so Konkurrenz werden zu Mike X. Den nennen ich Flux. Flux? Hm, Flux. Ich hab ja schon X bei mir hinten drin, ich müsste das einfach nur groß machen. Bin X. Ist die Mission hier? Ja, die ist an. Ist sie? Ja. Wird vorhin schon auch nicht geschossen. Tatsächlich. Katsache. Jetzt sieht man nur noch, wie Florian rausfällt. Oh ja, bitte, 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 bitte. Ich hab vorhin ne Novido schon Headshot bekommen und hab einfach überlebt. Aha. Fake doch nicht. Ich hab genau gesehen, wie der Schuss... Oh, Zombies. Mies? Ja, Tankstille war. Ja, da runter. Äh, Zombie-Megels, ne? Er ist aber schon weggelaufen, ne? Da vorne Render, da vorne Render. Auf dem Feld, links. Ah, da ist den, ja. Moment, Moment. Los, 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 los. Er liegt da links auf dem Feld, Flo. Links. Ja, ich kann. Nice. Sorry, ich hab ihn eben gar nicht... ...eben, äh, in Visier bekommen. Du bist immer hin und her gewackelt. Ja, ja, ich musste ab da hin. Was meinst du, können wir den... Nee, will ich nicht. Slim Shady ist auch hier. Gut, dann fahren wir weiter. Heli? Ja. Ja, Bot-Heli wieder. Alter, fliegt der flüssig. Das ist ein Bot-Heli. Schieß mal auf den. Warte, ich schieße mal mit dem Bus kaputt. Nein, nein, nicht mit dem M2. Leute, kommt jetzt... Was macht der jetzt hier, lol? Ja... Leute, ich kann... Ich kann die Plattform nicht bewegen. Ja, egal. Hast du doppel-alt gedrückt, vielleicht? Aber ich... Ich hab doppel-alt wieder weggemacht. Komm, lass einfach fahren. Ja, genau, scheiße drauf. So, dann ist es so ein Bot, alter, what the fuck. Ist denn der Reifen so verzogen, lol? Voll scheiße aus. Na, ihr, bei mir ist ja... Die vorderen Reifen, die... Die sind komplett nach rechts gedreht. Aber jetzt nicht mehr. Dadurch wackelt mein Auto und meine Sicht auch so krass. Ist das jetzt einfach so leer? Warum ist der so flüssig, der ein bisschen? Keine Ahnung. Der ist eigentlich voll voll. Der Limp-Polem ist wieder drauf. Ja, da kannst du ja schon mal spielen. Oh Gott. Oh Gott. Komm, du krasst doch. Du krasst doch. Er fliegt voll kumisch. Also, für das so viele drauf sind. Ja. Und die Aggressivheit, ne? Und ohne Legs. Ja. Oh. Oh, lol. Oh. War das jetzt ein Spieler oder der Yui? Der Yui. Der Yui. Ich bin tot, Ronald. Wer war das? Ich weiß es nicht. Mich hat eine PKM oder sowas getötet. Ich war direkt tot. Ja. Kann ich schon. Ach. Sponometer kann ich ab. 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 Oder? Soll ich hier oben rechts gleich am Waldrand langs fahren? Machst du übertrieben viel Stau? Ja, aber auf der Straße wär auch schon... ...n bisschen scheiße, ne? Müsste jetzt, ja. Lass mal gleich gucken, überhaupt... ...kampf wird ja, fahr mal oben an den Wald. Ich auch. Wir bleiben hier, wir sind schon hier in der Stadt oder in der VW. LOL! What the fuck is wrong with you? Was jetzt? Lass sie mich da alleine hinfahren. Wir kommen da auch hinterher gefahren, Mensch. Zombies ab! Und hier oben beim Military. Da läuft einer! Wo? In der Stadt. Ronald, du musst ein bisschen tiefer in den Wald fahren. Du musst tiefer in den Wald fahren. Äh, Schüsse? Die hören unser Aussteigen, Ronald. Wenn wir jetzt aussteigen. Okay. Du musst noch weit, viel weiter in den Wald fahren. Viel weiter. Ich sehe ihn rennen. Da hinten ist ein Tannengebühr. Da packst du das Ding drinnen. Oh, da fährt ein Auto M2! Ja? Wo, in welche Richtung? Zu uns. Zu uns? Da läuft einer im Wald vor uns. Ja. Schieß. Mit dem 14, Alter. Bin tot. M2-Auto müsste aber eigentlich brennen. Drei Tage später. Bin jetzt schon bei Mito Richtung Barneybar. Hä? Du willst doch bändet werden, dann tötet ihn auch. LOL. Hello, my friend. Can you hear me? Hello? Hello? Hey, hey. Nicht da... Hey, hello? Hey, 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 what up? Hey, hey, what up? Hey, what's going on here? My brother? What up? What up? Do you want to... Hey, speak German? Oh, yes. I am German. I am German? Ah, that's good. I am Indisch-German. Wie kann ich helfen? Wüsste ich nicht. Wir gucken mal, ob wir in Mito reisen können. Da ist ein... Ein Spieler, der ist Holy Moly. Ja, da ist Alter. Hey, sag mal, der ist Spinnix. Ich muss aufpassen. Ja. Ja. Wie heißt du eigentlich im Game? Ja, ich bin folglich. Er sagt ja jetzt Fox-Slay bestimmt. Mike? 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 Ja, bist du? Ich bin der Shimoto. Oh. Oh. Domo Origato, Mr. Robot. Das hab ich noch nie gehört. Hä, was hast du noch nie gehört? Lein? Das ist eine Legende, lein? Nein. Tut mir leid, tut mir leid. Tut mir leid. Du bist aber ein bisschen scheineilig hier, ey. Alter Schwede. Domo Origato, Mr. Shimoto. Ha, 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 ha. Ah, ah, okay. Oh nein. Wollen wir mal fies sein? Wollen wir mal fies sein? Wollen wir mal fies sein? Nee. Doch. Aber das ist fies. Oh. Das ist Fries, sagst du? Schneller, Max Mann, schneller los! Wo läuft der hin? Äh. So schnell wie ich kann. Äh, der rennt jetzt zur Fire Station. Wir kommen jetzt quasi von, von Holy Moly's nestet aus. Achso, lol. Aber damit auch, Button, hier ist ein Bandit mit einem AK. Guck mal, der hat das. Auf geht's! Er lebt in der Ananas, ganz tief im Meer. Spawn! 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 Kopf! Das kennst du, de? Das ist immer geil, das ist immer ganz witzig in einem Video, wenn diese 6 Stunden später Nein, warum nicht? Und doch, der Steelseries Achso, ich sitze hier jetzt noch im Auto erstmal Wir haben uns erstmal einen fetten Rapfkuchen Hallo, Mr. Marksman Ich hab einen Koyote gefunden Den Skin ist doch Marksman Den Skin ist doch Marksman Also, heute von euch gelernt ist doch Marksman, oder? Ja Ja, ja Ja, ich bin so gut Nichts Bissen So hört sich eine Faulzeuge, aber ja Wie nennt man das Geburt, ja Was machst du bei dir? Pass auf wir sind spiele da irgendwo, der erkehrt dich Er heißt holly molly Ja Der Max ist grad ins Kackenausregen gelaufen, ne? Ja, nein, nein Stress schießt, dann sagt er Mike K bescheid Ach komm, Jannick soll doch nicht gemein Doch doch Ich geh lieber holly molly, Alter Der ist auch noch dran Weil der Maximilien ist wichtig für meine Punkte Okay, Mike K, okay Oh Das war ein Astral Headshot, würde ich sagen Ey, was war denn das, Janik? Dein Ernst? Ja Warum machst du denn sowas, Alter? LOL Ja, weil das ein Hero ist Tut mir leid, aber Hero steht bei mir normalerweise auf der Todesliste Wir wurden wahrscheinlich im Side-Direct-Chat oder so Unschuldig, oh Das fand ich jetzt nicht nett, Janik Also, danke lieber Holi, Alter, den Typen Ich glaube, er ist great, Janik, nee, weh, ne? Hier ist ein Koyote, Janik, in der Police Zu einer PSSD? Ja Ah, Cheater Janik Der ist great, Kutte, Mann Ach, Janik, du bist ein Kunde, Alter, ey, ohne als Oh man, Janik Das hielt mich nicht Man, Janik Jetzt denkt er bestimmt, ich hab ihn voll verarscht, Alter, lol Hast du ja auch Alter, nicht Woher soll er das wissen, dass ich das bin, der auf ihn gekücelt hat? Mach auf Mach auf, schießt hier Du? Nee, 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 Fire Station, ne? Ja, ja, ja Wo ist denn das Ding? Hm Sollte ich jetzt noch duschen gehen? Sat, wer deine Mutter hat? Nee, das war eine Frage Soll ich jetzt noch duschen gehen? Ob ich jetzt noch duschen gehen sollte? Ja Ja Ich hab dich nur gerade wiederholt Ob du jetzt duschen gehen sollst Ja Und wieso machst du das nicht morgen? Weiß ich nicht Wo machst du das nicht morgen? Weil ich jetzt sowieso hier erstmal im Auto sitzen muss? Ah, da ist ein Fire Station-Turm drinne? Oh, Janik, dein Glück, er ist doch nicht geragegettet Hm? Oh, nee, MyK ist... Ja, das klingt... Klang richtig nett eigentlich, muss ich mal sagen Danke Alter, das bin ich, hör doch mal auf hier die Arme... Leila, schießt noch einer auf mich Ich hoffe, du stirbst Alter, der kann ja nicht Holy Money sein, der muss ich haben Daniel und MyK gehören bestimmt zusammen Ja Ey, sag mal Was ist noch einer mit einer Wack auf der auf mich schießt? Ah, großer Weißt du, wo ist? Ich keine Ahnung gerade Ich bin Survivor-Schwarz, ne, nicht